Norddeutsch, sturmfest und voller Ideen für unsere CDU. Moin, ich bin Wiebke Winter. Als Mitglied der Bremer CDU-Fraktion und des CDU-Bundesvorstands setze ich mich für die Themen Klima, Wirtschaft und Gesundheit ein. Ich bin Juristin und promoviere über künstliche Intelligenz. Als Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen weiß ich, wo wir als CDU noch besser werden können. Wir brauchen jetzt ein klares inhaltliches Profil mit den besten Ideen für ein sicheres, starkes und digitalisiertes Deutschland. Damit machen wir die CDU wieder zur politischen Heimat für alle Generationen. Mein Name ist Wiebke Winter und ich bitte um Ihre Stimme. Denn es ist Zeit für junge Köpfe.